So, da sind wir zurück wieder mit der nächsten Aufgabe, nämlich Tagesaufgabe, lande bei der Butterbude. Butterbude, wer auf die Idee kam, wo müssen wir landen? Richtig, genau hier. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gerne ein Like da lassen, wenn ihr noch nicht getan habt, gerne auch ein Abo da lassen. Dann kurze Info an euch, wenn ihr Bock habt 5 Euro quasi zu gewinnen, schaut euch einfach mal oben rechts das Video an, mit den 1 Millionen Klicks. Und das Video wird auch am Ende des Videos nochmal markiert, also gerne ein bisschen Liebe da lassen. Wie gesagt, ihr habt die Chance da, 5 Euro zu gewinnen. Genauso habt ihr natürlich die Chance, euch ein bisschen zu beweisen in meinen Custom Games. Einfach mal im Livestream vorbeischauen, einmal hier auf YouTube und natürlich auf Twitch. Jetzt gehen wir mal gerade ganz schnell zur Butterbude. Ich selbst bin glaube ich gefühlt fast noch nie da gelandet. Weil es gehört einfach nicht zu meinem Landepunkt. Obwohl der Loot da eigentlich ziemlich gut ist, wenn es irgendwie so in der Zone ist, sieht es eigentlich recht gut aus. Aber ihr seht schon, da ist das Zeichen von der Butterbude. So, was müsst ihr machen? Richtig, einfach dort landen. Und zack. Und nochmal für alle die, wo die Aufgabe nicht funktioniert, ihr müsst dort wirklich landen. Also nicht da hingehen, das zählt nicht, sondern landen. Müsste eigentlich in allen Modis funktionieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und vielleicht sieht man sich bei der nächsten Aufgabe und haut rein. esses� Hinshot él auf bei Walmartin. Spanien. sodass Wir Bei gradual Ich